Jetzt bin ich wieder in dem Bereich, wo alles schon vorbei ist, wo nichts mehr passiert. Wo waren wir? Das könnte sogar stimmen. Oh je. Na ist egal, zweiten auch nehmen, ist wurscht. Ich speichere mal so zwischen. Ja, einmal mit Pistole hatte ich ihn einmal so. Zentrale U-Bahn-Station. Oh mein Gott. Irgendwo da hinten war er jetzt garantiert. Ich hab's nicht gesehen. Da geht die Spur entlang. Das interessiert mich jetzt aber vorerst mal nicht. Wo ist der? Ich hör jemanden. Licht aus. Hab ihn gesehen. So, da geht's weiter. Ist hier irgendwas? Nein. Soll ich da runter? Nein. What the hell? Alter. Hammer. gar nicht nur das war richtig fies na warte kann ich runter nein kann ich nicht scheiße durchsuchen sie die räume nach beweisen da legt medi das war nur die scherbe da ich dachte dass mir ein gegner gott ist paranoid in dem spiel hier wieder ist jemand hey da drüben das meine wohnung heute alles jetzt kommt Okay, also, was haben wir? Nichts. Wieder nichts. Das sah jetzt irgendwie so aus, als wäre es ein PDA. Also, ohne die Tasten schön und... Ach, egal. Ah, bin ich nicht fotogen, aber irgendwie invertiert. Aber das bin doch nicht ich. Das hier. Oder? Sieht so aus, als... Na, egal. Sieht da eine Frau ähnlich, die ich vorhin mit der Axt totgeprügelt habe. Die auch mich mit der Axt umbringen wollte. Ja, ja. Da haben wir es wieder. Hach. Okay. Da drüben ist auch noch... ...lauter Videorollen. Noch mehr? So, aber was ist der Typ? Ein Stalker, oder...? Abgeschnittene Hände. Ohren. Okay. Dead End in Murders. Hands and Feet found. Aha. Warum hat er das alles durchgestrichen? Ist der auch irgendwie freischaffende Ermittler, oder was? Merkwürdig. Ja, ist schon gut. Was? Okay. Okay. Ich muss das Spiel nachts spielen. Dann wird es noch viel geiler. Die Szene hier, das alles hier, das hätte ich um 12 Uhr nachts oder um 1 Uhr nachts spielen müssen.